Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Pro Review. Dieses Mal zu True Story, einem Film mit Jonah Hill und James Franco. Jonah Hill spielt einen Journalisten, der am Anfang des Films in Afrika recherchiert und das ist anscheinend im Auftrag der New York Times. Wie sich dann herausstellt, hat er aus fünf Personen eine Person gemacht, aus dramaturgischen Gründen für seinen Artikel. Deswegen heißt es dann ja ganz schlecht recherchiert und der Artikel ist total schlecht und man muss dann Entschuldigungen schreiben und und und. Und er fliegt bei der New York Times raus und kriegt dann erstmal keinen neuen Job. Dann taucht da eine zweite Person auf, die denselben Namen benutzt und auch sagt, sie wäre Journalist, aber irgendwie woanders und dann kriegt man mit, okay, ist ein gesuchter Verbrecher. Dann wird dem wahren Journalisten mitgeteilt, dass da einer seinen Namen benutzt hat und so und dann fährt er da mal hin und spricht mit dem. Und ja, wie sich dann herausstellt, der ist ein Mörder oder der ist wegen Mordes angeklagt und er gibt ihm dann ein Interview und dann arbeiten die beiden zusammen und an sich wird es jetzt tatsächlich ein Film, in dem man sehr viel entweder dem Journalisten bei sich zu Hause zuguckt oder Gespräche im Gefängnis sich anschaut. Und da wird jetzt, wie man das in vielen Filmen ja kennt, der eine fängt an zu erzählen und dann kommt da diese Rückblende und man sieht den Agieren. Dieses Stilmittel wird deutlich weniger angewandt, als man es bei einer derartigen Erzählweise für normalerweise gewohnt ist. Also mit anderen Worten, man guckt tatsächlich zwei Leuten beim sich unterhalten zu. Das macht das Ganze dann auch relativ langweilig. Abgesehen davon, dass es ein vielleicht kontroverses Thema sein könnte, dass da einer ist, der eine Gerechtsverhandlung gekriegt hat und dem vorgeworfen wird, seine gesamte Familie umgebracht zu haben und und und. Naja, also wir fanden das jetzt nicht so sehenswert, wo man es ganz genau nimmt und hätten den Film uns freiwillig nicht angeschaut und das hätte auch nicht geschadet, wenn wir es nicht getan hätten, würde ich mal so sagen. Jetzt haben wir ihn gesehen und sind auch nicht tot. Also man kann ihn sich anschauen, aber ich finde, er ist definitiv kein Muss. Und ja, abgesehen davon ist die wichtigste Erkenntnis des Films James Franco, Schild ein bisschen. Ja, und damit bis zum nächsten Mal.